Stattkurs Spezialist Red Bull Pilot Daniel Ricciardo lernte bei seiner Fahrt zu Platz 6 in Singapur die Schattenseiten der Millimeterarbeit zwischen den Mauern kennen. Nach meinem Monaco-Sieg habe ich zugehört, als mein Verfolger Louis Hamilton darüber klagte, wie schwierig das Hinterherfahren auf einem Stattkurs sei, sagt Ricciardo. Jetzt weiß ich, was er gemeint hat, der sechstplatzierte Red Bull Pilot versuchte, sich mit einer alternativen Strategie und einem 27-Runden langen ersten Stünd auf Hypersoft-Reifen an den Rivalen vorbeizukämpfen, doch auch die verbleibenden 34 Runden nach dem Stopp steckte er hinter Kimi Reikönen fest. Ich hatte am Schluss einen ganz guten Zahn drauf, aber Kimi und Valtteri konnte ich mir nicht mehr schnappen. Man kommt nahe heran, aber nicht nahe genug. Mit den Reifen rutscht man da nur noch rum, beschreibt er die schwierige Situation. Sie sind so empfindlich, da half es auch nicht, dass er durch seinen langen ersten Stünd am Ende den Supersoft-Reifen aufziehen konnte, während seine Rivalen mit der Soft-Mischung unterwegs waren. Er war wirklich schnell, lobt auch Teamchef Christian Horner. Aber die anderen einholen ist eine Sache und überholen eine andere, zumal er sich mit Bottas und Reikönen in einem DRS-Zug befand. Erfolglose Schlussattacke in der letzten Runde Auch die Schlussattacke blieb erfolglos, obwohl Riccardo nur 0,981 Sekunden hinter Reikönen ins Ziel kam. Ich habe am Ende versucht, ein bisschen mit Kimi zu spielen, verrät der Haussi, der in der Formel 1 eigentlich für seine genialen Überholmanöver bekannt ist. Etwas Druck machen, wieder etwas zurückfallen lassen und wieder heranfahren. Irgendetwas versuchen halt. In der letzten Runde kam ich in Kurve 13 nahe heran, aber für ein Manöver hat es aber nicht gereicht. Riccardo, der auf eine Kollision zwischen Reikönen und Bottas hufte, verzweifelte auch an den Überrundeten, sofort waren dadurch 2 oder 3 Sekunden Weg. Das ist viel. Manchmal kämpft man auf einer Runde um 10 Sekunden, und dann verliert man einfach so Sekunden. Grund für das Zusammenschieben des Trios in der Endphase waren die nachlassenden Softreifen von Bottas. Ich habe gesehen, dass er mit seinem rechten Vorderreifen ein paar Probleme hatte, verrät der 5-platzierte Reikönen. Er hat ein paar Fehler gemacht, aber das hat ihn nicht wirklich gebremst. Und immer, wenn ich nahe dran war, habe ich beim Beschleunigen aus den Kurventraktion verloren. 10 Runden noch und er hätte größere Probleme bekommen, Riccardo hofft weiterhin auf Sieg, doch so blieb dem Ferrari-Piloten nichts anderes übrig, als auf eine zweite Safety-Car-Phase zu hoffen, das wäre unsere einzige Chance gewesen. Auch für Riccardo, wenn es noch eine Safety-Car-Phase gegeben hätte, dann hätten wir einen Boxenstopp gewonnen, sagt Team-Chef Rona. Wir hätten dann genau das Gegenteil von den Autos vor uns gemacht. Doch der Wunsch ging nicht in Erfüllung. Somit bleibt Riccardo, der in den vergangenen sieben Rennen gerade mal 30 Punkte holte, nur die Hoffnung, dass seine Pechsträhne bald endet. Wurde das Chassis-Problem, unter dem er im Qualifying-Lit, eigentlich gefunden? Wir haben gestern Nacht einige Stunden damit verbracht, dahinter zu kommen, und ich hoffe, dass in Russland wieder alles passen wird, antwortet Riccardo. Vielleicht gelingt ja noch ein Sieg auf einem Kurs, wo wir es nicht erwarten. Jetzt werde ich einmal ins Eisbad springen, um ein bisschen abzukühlen. Bis zum nächsten Mal.